Oh-oh. Nein, lieber ein Fischi. So. Uh-oh. Dance of Fishes. Lauf, 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 auf, lauf, 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 auf, lauf, 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 lauf... Das war glaube ich schon zu spät. Verdammt, ich hätte da oben lang gemusst. Egal. Oder auch nicht, weil wir den ganzen Scheiß hier nochmal machen müssen. Obwohl, das ist eigentlich gar nicht fair, ne? Moment, ich glaube hier... Hätte ich mich entscheiden sollen. Welche Scheißgegner willst du denn nun haben? Ich glaube aber an den Viechern, die kommt man irgendwie ein bisschen einfacher vorbei. Oh mein Gott, ey, es ist knapp. Eine Stelle, die ich nicht unbedingt jeden Tag brauche. Ist hier noch was? Nein. Ach Gott sei Dank, ich bin nicht vorbei, der Mist. Und vor allem, wo sind die Schlüssel? Oh oh. Ah, ach da war... Ach so, habe ich nicht gesehen. Ich mich wundere sowieso, als ich noch rechtzeitig geschaltet habe, um dann noch lang zu rennen. Wow. Hä? Ich bin durch. Gipstoff, Diana. Also die Sachen will ich haben, egal ob ich deswegen sterbe oder nicht. Einfach respawnen, höh. Oh. Stimmt ja, da war ja was. Hops. Da ist eine Sache, aber da kommen wir nicht durch, also müssen wir nach links. Ja. Bester Sprung ever. Vor allem, wir dürfen den ganzen Scheiß mit dem Feuer nochmal machen. Yay. Nein, geh weg, geh durch, geh durch, geh durch, geh durch, aah! Oh, schneller, 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 schneller. Einmal umdrehen. Danke sehr. Einmal hier drüber. Einmal hier drüber. Oh. What the fuck? Warum auch immer. Wir haben jetzt einen Moment mehr Zeit, damit die anderen Teile auch regenerieren. So. Ui. Hier geht's aber nicht lang, ne? Ne. Ich glaub, jetzt hat wirklich nur der eine Schlüssel gefehlt, kann das sein? Huiiii. Huiiii. Aber find ich gut gemacht, das Level, muss ich sagen. Fällt mir. So viel Neues. Man wird von Feuer verfolgt. Das mach ich auch hier den Dienstag als Fitnessübung. ist links. Äh, was zur Hölle ist das? Was bist du hier? Eine Schildkröte. Ich bin mir unschlüssig, welches von beiden ich nehmen soll. Kann ich das auch umändern, während das viel in der Luft ist? Ach, lol. Mein Fisch, bitte. Na, noch nicht. So. Wie soll ich da hochkommen? Ah, ich verstehe. Mist. Da, wie soll ich das denn so schnell hinkriegen? Ich war ja schon froh, dass ich Swapen irgendwie hingekriegt habe. Schnell, schnell, schnell. So. Gott sei Dank. Nochmal, bitte. Ne, das war nicht so gut. Ist das Vieh natürlich auch noch weggelaufen. Verdammt. Einmal rüber. Ne, ist ja doof. Das auch. Nein, ich muss direkt so machen. Äh, das war wieder eine totale Kräse. Nein. Boah. Ich will ja nichts sagen, aber das ist assi. Die Stelle ist assi. Na los. Ne, das war doof. Oh, nee. Lol. Es mag zwar dämlich klingen, aber es macht grad richtig Spaß, so komisch zu sterben. Vor allem, weil das so einfallsreich cool ist. So, jetzt hab ich dich aber. Danke. Nein, nein. Nein. Fuck it. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt hab ich's endlich, dann fall ich da runter. Nee. Nein. Nein. Oh, das war knapp. Ganz ruhig. Wir schaffen das diesmal. Ich sagte, wir schaffen das diesmal. Äh, äh, was? Was? Also langsam kaufe ich dem Spiel das nicht mehr ab, dass das so komisch funktioniert hier. Also, sorry, aber das ist ein bisschen schnell. Wer sollte da nochmal mitkommen? Äh, entschuldigung, aber ich jetzt, ich bin doch jetzt sogar noch gesprungen. Ah! Ey, ganz ehrlich, es ist total seltsam, dass das gerade richtig Spaß macht, aber es ist wirklich so. So, ey. Diesmal hab ich dich, diesmal hab ich dich, diesmal hab ich dich. Ich sag, diesmal hab ich dich. Also lass dich auch töten. Ey. Also, langsam werd ich bekloppt. Du bleibst liegen. Bleib liegen. Das gibt's doch nicht. Was mach ich denn? Ich bringe nur Scheiße. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Nein, das war nicht, was ich wollte. Wow, das war knapp. Oh. Äh, entschuldigung, aber ich war außer Reichweite. Hast mich nicht erwischt, das glaub ich dir nicht. Das kannst du sonst wem erzählen. Und leider glaubt ihm das Spiel das trotzdem. Aber der hat mich eigentlich gar nicht erwischen können. So, diesmal aber, komm. So. So, und ich glaub, wir sind jetzt hier beim Boss. Das heißt, jetzt wird's gleich noch schlimmer. Oh, Mann. Palpus Maximus. Whatever. Äh, wieso bin ich jetzt voll dran vorbeigezischt? Oh. Ich muss sagen, das war schon echt extrem zielgerichtet. Ach so, Scheiße. Muss ich auch irgendwas machen, oder? Das ist schon mal nicht. Okay. Reine Testfrage. Jetzt passiert irgendwas Neues. Was denn? Er geht weiter weg. Ähm. Was soll ich wissen, wo er hingeht? Mist. Oh, Mann. Der Boss ist aber echt niedlich. Da ist sogar schon eine Harpune im Gesicht. Oh. Nein. Ah, das ist mir noch Insta-Death ist. Das ist mies. Das ist richtig mies. Und jetzt mal noch diese Intro-Szene, wo er erst mal auftaucht. Der Lappen. Ja, genau. Wie viele denn noch? Ich bin ja schon weg. Ich glaube, bei dem hier muss ich einfach, bei dem... Danach muss ich einfach nur warten, bis er fast zuschlägt, dann wegspringt, dann am Ende draufknallen, weil der irgendwie verwundet ist oder so, der Arm. Nein. Ich sollte aufhören, das zu wechseln, wenn ich das mache. Dann springe ich lieber auf eine andere Plattform, aber nicht irgendwie wechseln und mich selbst verwirren. Das ist dumm. Dumm, didlum, didlum, dumm, dumm, didlum, 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 dumm, dumm, dumm. Aber es ist, denke ich, machbar. Wenn ich mich nicht so scheiße anstelle, vielleicht mal. Na los, zeig mir dein hübsches Ärmchen. Genau das. Okay. Wie soll ich dem ausweichen, frage ich mich nur. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Boah. So, gerade noch umgewechselt, wenigstens. Doch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich diesem komischen Arm ausweiche. Und ich glaube, wir müssen es wieder dreimal schaffen. Yay. However. Das ist voll spannend, gerade irgendwie. Oh oh. Das haut halt gleich nochmal hinterher. Ich bin richtig heftig hier. Oh 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 oh. Oh, ist das spannend. Wahrscheinlich habe ich es irgendwie am Ende noch. Zeig her deine Ärmchen. Zeig her sie ganz so schnell. Ich bin glaube ich zu früh, dass ich losgesprungen bin. Und stirb. Sag mir nicht, dass es das war. Ich wäre so richtig stolz auf mich. Fuck yeah. Bewusstloses Unterbewusstsein. Geil. Wie viele Versuche war es jetzt? Vier oder fünf? Also, ich bin zufrieden. Passt. Ne, doch. Ich finde, es läuft inzwischen. Also würde ich sagen, wir machen das Projekt weiter, ne? Seid ihr auch dafür? Dann schreibt in die Kommentare. Seid ihr nicht dafür? Dann guckt halt nicht weiter. Nein, Spaß. Könnt ihr auch sagen. Also, ganz offen und ehrlich, ne? Natürlich, wenn ihr meint, wir sollten es nicht weiterspielen, wäre es irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Also, was soll es? Na gut. Ich glaube, ich mache jetzt allerdings auch mal langsam eine Aufnahmpause. Oder ich zeige euch noch kurz, was euch beim nächsten Mal erwarten wird. Wahrscheinlich werde ich dann wieder rumfailen. Aber das ist jetzt nebensächlich. Oh, Flauschwolkenberg. Das sieht aber süß aus. Was haben wir noch? Ah, nein. 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, 10. Okay, es gibt noch bei 3, 10. Also Kapitel 3, Level 10. Dann haben wir das Spiel schon durch. Ja, machen wir es auf jeden Fall zu Ende. Allerdings wird das noch nicht das Ende sein. Allerdings vor allem. Das heißt, bevor ich euch hier einen kleinen, äh, gleich sage, wo es weitergehen wird, zeige ich euch das eben auch noch. Einerseits werden wir uns die Galerie am Ende natürlich angucken. Und. Und in Extras wartet noch etwas auf uns. Und zwar die Halloween und die Weihnachtswelt. Ich denke mal, Halloween-Welt würden wir auf jeden Fall erst spielen. Vor allem, weil dann wahrscheinlich auch Oktober sein dürfte. So, der Dreh passt dann wohl ganz gut. Mal kurz reinschauen. Nur um mal zu schauen. Oh, das ist aber niedlich. Guck mal. Oh, putzig. Die in Anführungsstrichen Horror-Welt, äh, in, ähm... Bei Halloween ist es natürlich schlimm und die Horror-Welt mit dem Punk-Ich sozusagen ist irgendwie fröhlich. Cool. Dass wir so ein Mittelmaß gefunden haben. Egal. Das einfach nur mal so, um zu zeigen, was wir noch vor uns haben. Die Weihnachtswelt werden wir viel... Sollen wir die auch noch mal reingucken? Äh, ich weiß nicht, ob wir... Tja, sollten wir eigentlich an Weihnachten so machen, ne? Dann werden wir das Projekt einfach noch mal ausgraben. Deswegen werde ich da auch noch nicht zeigen, was passiert. Ähm... Ihr müsst... Wäre aber ganz gut, wenn ihr mir vielleicht irgendwie dann irgendwo hinter einem aktuellen Projekt dann irgendwie drunter schreibt in Erinnerung oder so. Weil ich das wahrscheinlich vergessen werde. Vor allem muss ich mal gucken, wie viele Kapitel das sind. Dann mache ich das irgendwie vielleicht irgendwie so Adventskalender-Türchen-Style. Huh. Wo man schon vorderein weiß, was am nächsten Tag kommt. Toll. Egal. So, als kleinen Einblick noch. Natürlich, was als... Also morgen kommen wird. Oh. Guck mal einen Stein. Okay, das kennen wir schon. Ähm. Wir gucken mal in das nächste Kapitel rein. Wie bitte? Habe ich da gerade richtig gelesen? Wenn man von einer Plattform runterläuft, kann man in der Luft einfach dann stattdessen springen? Ich meine, einen Doppelsprung gibt es ja nicht, aber wenn man so macht... Ach, cool. Ach, das haben die einem da in dieser Burg gezeigt. Jetzt verstehe ich das endlich. Und was dieser komische Kaugummi-Automater mit uns machen wird, was mich schon sehr interessiert. Ich meine, das Bild sagt schon ziemlich einiges. Und ich freue mich irgendwie drauf. Das erfahren wir in der nächsten Runde, wenn wir nicht diese Scheiße hier machen. Oh. Das ging gar nicht. Cool. Ah. Moment. Da muss ich es was austesten. So rein Interesse. Noll. 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 Okay. Ich glaube, nur um das nicht zu vergessen, will ich dieses Level zumindest noch aufnehmen. Und auch noch keine Aufnahme-Session machen, aber diese Folge ist ja auf jeden Fall vorbei. Ich hoffe, ich denke dran. Ach, ich mache einfach einen Cut. Bis dann. Schuhu's und bis morgen. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.